So, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Overwatch. Sigma ist jetzt live inzwischen und ich habe letzte Woche kein Video hochgeladen, weil ich mehrere Dinge hatte, ich hatte erst eine Erkältung. Danach hatte ich das eingekleppte Nerven im Nacken, war relativ unschön das Ganze, jetzt ist es vorbei zum Glück. Ja, und deswegen bin ich jetzt zurück wieder mit Videos. Und Sigma ist live. Ui, oh, falsche Tast, ich wollte eigentlich... Sigma ist live. Und die Facecamp ist umgestellt, damit ihr jetzt auch die HP und so alles mögliche sehen könnt. Ist, denke ich, besser so. So, komm, ich mach jetzt mal den Fetti hier weg. So. Dann mach euch beide weg. So, gebt mir den getroffen, krass. Aha, ich spür sie. Wo ist er denn? Egal. So, können wir ein bisschen den Zielpunkt einnehmen. Aua, 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 aua. Das ist auch nicht wehgetan. Aber ich werde es hoffentlich überleben. No. So, meine Ult ist bereit. Na, verdammt. Ich bin's ja noch erwischt, aber er mich auch. So, die sind schon mal weg, auf jeden Fall. Ach, komm. Ich bin halt da hinten. Passt auch so. So. Na, warte. So ist gut. Ich bin halt perfektionistisch, was das so was angeht, ne? So eine Barriere muss perfekt stehen. Wenn man schon die Möglichkeit hat, die mehrmals umzusetzen, dann muss die wenigstens am Ende auch perfekt sitzen. Ähm, danke. Oh, 800 AP. Auf, entspannt. So, komm, Juni, jetzt geh mal weg, Alter. Und ihr gleich mit. Ja, die sind. Komm. Da ist es untergelaufen. Komm, jetzt hau mal hier ab. Du Fettsack. Krasse Beleidigung hier, ne? So, geht doch. Alles klar, Jungs. Kommt. Ich treffe nicht so ganz, wie ich will. Nein. Äh, okay, oh Gott, das will ich panic gerade ein bisschen. Aber alles noch gut. Ich habe die Situation unter Kontrolle. Ersten Zielpunkt haben wir. Ja, ich sehe halt, ich bin so eine mega ekelhafte grüne Umrandung. By the way, bin ich, äh, in einer Woche fahre ich in Urlaub für zwei Wochen. Ich hoffe, dass ich es schaffe, für dann vorzuproduzieren, weil, ja, jetzt eine Woche direkt davor kommt ausgenockt, war jetzt nicht optimal. Wer jetzt halt in einer Woche sechs Videos machen muss. Wird definitiv sportlich. Aber, ich hock mich da auf jeden Fall ran. Oh, ich, ich denke jetzt mal aus irgendeinem Grund, dass diese Projektil einsammelfähigkeit auf Rechtsklick wäre. Aber da ist die Barriere. Wirklich jedes Mal aufs Neue. Jetzt. So, komm. Von wo schießt da jemand? Äh, hä? Komm mal, hier, Roadhog. Als ob ich den Fettzeug nicht getroffen hätte, ist ja nicht zu fassen. Äh, hä, hä, hä. Ich treffe so wenig, holy crap. Oh, yes. Komm, komm, ich brauch die Rüstung. Ja, danke, danke. Okay, erst auch weg. Ach du scheiße, bin ich low. Ah, danke, ich bin hier voll. Krass. Da kommt ein Roadhog. Äh, danke für die Schilde. Er hat noch Damage bekommen, auf jeden Fall. Ich dachte vielleicht, wenn ich den da so hochballer, vielleicht rette ich da meine Mates. Aber, es ging ein bisschen nach hinten los. Aber krass, dass ich Gold Damage habe und Gold Kills als ein Tank. Also, ich habe schon in dem Anspieltutorial gesagt. Hä, äh, Tutorial, by the way. In dem Anspielvideo. Ich habe schon gesagt, dass er sich nicht wirklich wie ein Tank spielt, so. Sondern, dass er auch durchaus problemlos als Damage-Held durchgehen könnte. Mit ein paar coolen Fähigkeiten, die aber eher charakteristisch für den Tank sind auch wieder. Also, er ist so eine gesunde Mischung daraus, würde ich mal sagen. Ah, da habe ich ihn zerstört. Jawohl, Jungs. Also, mit vier Goldmedaillen. Hier meine erste Live-Runde von Sigma. Also, ich will jetzt echt nichts sagen, aber das ist ja wie aus dem Bilderbuch, Jungs. So, ich glaube, ich war ein bisschen unscharf. Ähm. Falls es ihr auch zeigen kann bei mir. Äh, deswegen gibt es auf jeden Fall noch eine Runde hier. Ich kann mich ja nicht zumuten, hier einen unscharfen Keks von anzuschauen. Das geht ja, das wäre skandalös so. Also, das tue ich euch allen nicht an. Keine Angst. So, komm, halt jetzt mal die Backen. Danke für die ganzen Schilde. Ja, ist egal, jetzt komm. Egal. Hier ist, spielt die Musik. Hier ist wichtig. Barriere darf sich wieder aufladen. Jetzt, oh, komm, die ist so kack Eisbarrieren. Ich will hier durch. Ich bin zu fett dafür, Mann. Nimm doch ab, Sigma. Ja, komm, warum eigentlich so dumm? Das sind so Fragen, die ich mir manchmal stelle. Warum eigentlich so dumm? Wieso, wieso bin ich so dumm? Oh. Okay, das könnte gefährlich sein. Dann sieht man mit einem Ult von Anna. Nichts, was man erleben muss. So, komm. Nein, 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 nein. Nicht sterben. Sterben ist nicht gut, da ist man tot. Schon der alte griechische Volksmund sagte, sterben ist nicht gut. Da ist man tot. Und so gebe ich die Weisheit an euch weiter. Und vertraue euch dieses gut gehütete Geheimnis der Macht hier an. Mit dem Vertrauen an eure Diskretion. Leute, wir haben es beide gleichzeitig gemacht. Das war cool. Er ist hochgeflogen. Ich habe ihn noch hochgeworfen. Er hat mich noch hochgeworfen. Und so bin ich gestorben, natürlich nur. Und er nicht. Selbstverständlich. Aua, aua. Autschi, auutschi. Ja, wir hatten ein bisschen geflankt, kann das sein? Ne, jetzt nicht mehr tatsächlich. Okay. Ja, trotzdem ist kacke so. Nein, 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 nein. Lass mich weggehen. Lass mich weg. Oh, Gott sei Dank. Komm. Ah, shit. Nicht getroffen. Hu, hu, hu. Danke für die AP. Aua, wer schießt da auf mich? Unverschämtheit hier. Nein. Nein, sie war so low. Okay. Ja, ja, komm, komm, komm. Das schafft ihr. Jungs, Jungs, Jungs. Jawohl. Da haben wir es. Zwei Siege in Folge. First try. Jungs, also, wenn das nicht ein Like wert ist, dann, naja, na. Jungs, komm, ballert raus. Also, nach diesen zwei eurer gelungenen Runden mit Sieg, bleibt mir nur zu sagen. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne. Wie gesagt, ein Like da. Ja, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Bis dann. Haut rein.